Umidigi bewirbt ihr Z2 Smartphone mit vier Kameras. Leider handelt es sich in Wirklichkeit wohl nur um drei oder sogar nur zwei. Und damit herzlich willkommen zum Kamera-Review des Umidigi Z2. Zwei Kamerasensoren auf der Vorderseite mit jeweils 16 und 8 Megapixel und zwei hinten mit 16 und 8 Megapixel hören sich in der Theorie gut an. In der Praxis sind es aber wohl nur ein 16 Megapixel Sensor hinten, ein Fake-Licht-Sensor unter der zweiten angedeuteten Linse hinten, sowie eine hochgerechnete 8 Megapixel Kamera vorne mit einem vermeintlich 2 Megapixel Sensor für weiß der Geier was. Tiefen Infos scheint es allerdings nicht zu sein, weil dafür gibt es einfach keinen Modus. Das klingt nach einem Totalausfall. Nun ja, es ist einer zumindestens, was das Marketing angeht. Wie die Hardware sich nun schlägt, lasst mich euch ein paar Fotos zeigen. Die Bilder, die das Umidigi Z2 schießen kann, sind eigentlich für die Preisklasse von 200 Euro bis 250 Euro eventuell so. Je nachdem, vielleicht gibt es noch eine Aktion, dann wird das Ganze noch billiger und günstiger. Sicherlich nichts, was man verachten kann. Dann schauen wir uns ein paar Bilder zum Beispiel an hier, die ich in Köln geschossen habe. Da sehen wir hier der Dom wunderbar. Wir sehen natürlich einen HDR-Effekt auch. Das heißt, es hat eine Möglichkeit, HDR zu machen. Und wir sehen auch, ja, es ist eigentlich gar keine so schlechte Kamera, wie man eigentlich davon ausgehen könnte. Gerade wenn ich ja über Fake-Kameras rede oder irgendwelche Sensoren, die eingebaut worden sind, die aber nicht in Wirklichkeit was machen. Da ist immer der Verdacht hoch, dass das ganze Gerät eigentlich Schrott ist und nicht für das Fotografieren geeignet ist. Das ist aber nicht so. Das ist im Großen und Ganzen nicht so, sondern man kann gute Fotos damit schießen. Und selbst mit so günstigen Smartphone-Kameras und Smartphone-Handys lässt sich da natürlich sehr viel machen. Der Teufel steckt natürlich wieder im Detail und das sieht man zum Beispiel bei den HDR-Aufnahmen, die ich in Köln gemacht habe. Ich habe HDR auf Auto gelassen. Es gibt zwei Möglichkeiten des Weiteren, also das komplett auszuschalten, was glaube ich die Standardeinstellung ist, oder es zu forcieren, einzuschalten. Die Auto-Funktion macht so ein bisschen Magie dahinter. Das heißt, an HDR an würde jetzt einen noch dramatischeren Effekt erzielen als HDR Auto, weil HDR Auto auch die Belichtung so ein bisschen und die Lichtverhältnisse mit einbezieht und dann eben das HDR-Bild zusammenrechnet. Und das hat halt nicht so einen dramatischen Effekt. Jetzt sehen wir hier, das Bild sieht im Grunde genommen gut aus. Okay, der Himmel könnte blauer sein, das liegt aber einfach an dem Wetter, was gerade an dem Tag war. Und ja, es hat das zumindest relativ gut abgebildet. Wenn wir uns den Dom anschauen, dann sehen wir, ja okay, die Schärfe ist in Ordnung, es fehlen Details hier am Dom. Man sieht auch so ein bisschen, ja, das scheint so ein bisschen gemalt. Das heißt, da ist so ein scharf Zeichnungsfilter drin, aber das ist ja bei jedem Smartphone drin. Zur Seite hin wird es ein bisschen unscharf. Wir kriegen diese Effekte, dass hier der Baum wächst nicht wirklich so schief, sondern da ist es wirklich, oder die Mauer ist hier nicht wirklich so schief, sondern das ist also der Linseneffekt. Wir sehen auch hier ein bisschen, was an Details geht verloren an den einzelnen Punkten. Die Leute sind auch relativ gut zu erkennen, die hier rumlaufen. Wenn wir uns dann hier die Domspitzen anschauen, sehen wir schon ein bisschen einen seltsamen Effekt, der jetzt auch damit zu tun haben könnte, dass ich jetzt hier vielleicht Dreck auf der Linse hatte. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber wir sehen, hier ist es relativ scharf, die Spitze, und die andere ist so ein bisschen, als ob da wirklich so ein Dreckfleck drauf wäre, oder zumindest so ein Unschärfe-Effekt dann da drauf ist. Und das sehen wir auch hier so ein bisschen. Und an anderen Stellen, und wir sehen hier zum Beispiel, sieht das ziemlich hässlich aus. Ich habe keine Ahnung, warum das jetzt hier so aussehen muss. Aber, und das sehen wir vielleicht auch hier, der HDR-Effekt hat halt so seinen Nachteil. Er hat eine ziemlich lange Verschlusszeit. Wir sehen jetzt hier die Verschlusszeit von 1.4310 der Sekunde. Das ist aber wohl nicht so der Fall. Wir sehen hier ganz einfach die drei oder zwei Bilder, die es geschossen hat für den HDR-Effekt an der Person hier zum Beispiel. Das ist halt sein Bein, was sich bewegt hat. Also solche Motion-Blur-Effekte kriegen wir auf jeden Fall bei den HDR-Fotos. Das haben wir jetzt an der Stelle von einem Menschen. Das haben wir natürlich auch noch krasser bei fahrenden Autos. Das sehen wir hier zum Beispiel, wo das zweite Bild ganz einfach hier das Auto schon ein ganzes Stückchen weiter gefahren ist. Und wir sehen hier noch, das heißt, es schießt wahrscheinlich drei Bilder. Das ist so die Vermutung, die ich habe, um diesen HDR-Effekt zu erzielen. Dann aber kriegen wir auch eine ordentliche Schärfe hin. Auch hier jetzt in dem Fall ist das hier, verlieren Sie sich so ein bisschen die Details dran. Das kann man durchaus schon sehen. Aber hier sind die Details doch recht ordentlich erkennbar für eine 16-Megapixel-Kamera, wie glaube ich ein Sony-Sensor sein soll, so wie ich das sehe. 3,5 Millimeter Länge hat es jetzt, Fotolänge. Ich weiß jetzt nicht, wie viel das umgerechnet ist auf die 35. Kann ich das hier vielleicht einschalten, um das mal zu sehen? Ich bin mir nicht sicher, ob das hier eine Umrechnung, ob es in den EXIF-Daten umgerechnet wird. Sieht mir nicht danach aus. Schade. Muss man ganz ehrlich sagen, es gibt ja noch Metering Mode. Das ist interessant, das schalte ich mal ein. Und wir sehen aber auf jeden Fall reichliche Informationen hier zu der Kamera selber. Ihr müsst euch nicht wundern, dass beim Manufacturer Argold steht. Irgendwie ist das wahrscheinlich Umidigis Privatmarke oder sowas. Das heißt auch irgendwie, dass das Gerät selber heißt, glaube ich, nur irgendwie Argold oder irgendwie so. Nun ja, wir sehen das Modell Z2, das stimmt auf jeden Fall. Wir sehen hier auch wieder die Exposure Time, die nicht so richtig stimmt. Also die Belichtungszeit, weil wir ja ein HDR-Foto gemacht haben. Da ist irgendwie, weiß ich nicht, was er da gemacht hat. Hat wahrscheinlich alles irgendwie zusammengerechnet und dann daraus dann die EXIF-Daten rausgezogen. Ja, ansonsten, was kann man dazu sagen? Also Kontrastverhältnis, Schärfe, das macht es natürlich alles, zieht das alles ein bisschen nach. Aber man kann wirklich gute Fotos damit machen. Für die Preisklasse auf jeden Fall gut. Hier sehen wir mal den Pegelstand von Köln, weil das ist wirklich so ein trockenes, heißes Wetter. Das hält man auch allzu lange in der Sonne gar nicht aus. Deshalb war ich froh, dass an dem Tag das Ganze ein bisschen was bewölkter war, wo ich dann Fotos machen konnte. Wir sehen hier, die Schärfe ist ziemlich gut. Wir sehen den Pegelstand, der ist doch vom Reihen ziemlich niedrig, wie wir hier sehen können. Und fände ich mich nicht recht irre, 1,40 Meter kann das sein. Oder wird das andersrum gelesen? Ich weiß es nicht, 4,10 Meter. Ziemlich, ziemlich niedrig. Auf jeden Fall sehen wir hier im Hintergrund auch, ja, teilweise einen unschärfen Effekt. Aber wir sehen hier auch den Linseneffekt, der natürlich dazu sorgt, dass wir hier einen schiefen Turm haben. Wir hatten mal einen schiefen Turm in Köln. Durch die KVB-Badenhaltestelle hat sich ein Turm geneigt. Aber nee, der ist eigentlich ganz gerade. Das heißt, hier haben wir diesen Linseneffekt, den man deutlich aussehen kann. Aber das macht nichts. Das hat jede Smartphone-Kamera. Und bei der Preisklasse bin ich froh, dass man überhaupt so gute Fotos hinkriegt. Und auch hier, selbst wenn ich auf 100 Prozent gehe, das sieht richtig gut aus. Die Farben sind jetzt nicht gekünstelt, teilweise, naja, vielleicht doch so ein bisschen gekünstelt. Aber nicht so über stark gekünstelt, sondern die sind wirklich, also die sehen wirklich so aus, die Figuren auf dem Platz. Also so ein bisschen verdreckt und hier an der Seite. Aber man kann die Details erkennen und das ist, glaube ich, ziemlich ordentlich, was die Kamera da leistet. Wir müssen es immer noch vor Augen halten, dass die Kamera, also für das Smartphone hier, 200 Euro in der Klasse wirklich tolle Fotos schießen kann. Das sehen wir hier im hellen natürlich, beziehungsweise bewölkten Bereich, sagen wir mal so. Details gehen natürlich verloren, auch bei den 16 Megapixeln. Hier sehen wir zum Beispiel das Hotel direkt am Dom, das jetzt von innen quasi komplett kernsaniert wird. Das heißt, hier sehen wir die Außenfassade, innen drin ist alles im Grunde genommen abgerissen worden schon. Wir sehen hier, die Details gehen so ein bisschen an den Steinen auch schon verloren. Und wir sehen hier, die Blätter von den Bäumen sehen auch wieder ein bisschen gemalt aus. Das kennen wir ja auch schon von anderen Smartphones. Sonst, die das auch mit der Auflösung, mit niedrigeren Auflösungen auch nicht hinkriegen natürlich. Das ist auch wieder eine HDR-Aufnahme, das kann man an einer anderen Stelle auch sehen. Ansonsten bin ich eigentlich zufrieden im hellen mit diesen Aufnahmen. Das kann man, das kann sich durchaus sehen lassen. Und die meisten Leute werden ja sowieso die Fotos so anschauen und vielleicht ein bisschen was reinzoomen, aber nicht so am PC groß das Ganze dann jedes Mal anschauen. Und das Einzige, was mich so ein bisschen gestört hat, sind so ein paar Probleme, die nicht hätten sein sollen. Beispielsweise bei Nahaufnahmen, wenn ich jetzt auch HDR-Modus auf Auto gestellt habe, sollte es halt nicht dazu kommen, dass es halt hier, na gut, da hat sich wahrscheinlich das Blatt im Wind bewegt und deshalb hier halt diese Unschärfe reinkommt und dieser Ghosting-Effekt dann halt hier kommt, das muss nicht sein. Da gibt es schon bessere Möglichkeiten, die dann erkennen, okay, Makromodus oder sowas, dann brauchen wir vielleicht HDR nicht, machen wir den aus oder so per Autoerkennung. Aber HDR kann gute Fotos machen, wie das hier zum Beispiel, was ich ziemlich gelungen finde, auch wenn es hier jetzt ein bisschen im Gegenlicht dann fotografiert worden ist. Man kann wunderbar alles erkennen und die Schärfe ist auch durchaus in Ordnung. Man kann auch einen Bokeh-Effekt hinkriegen, das sieht man jetzt hier. Und da sieht man auch nochmal ganz genau, wie heiß es hier in Köln ist. Diese Liegewiese, wie es hier steht, ist im normalen Fall grün. Und ich meine, ich habe schon mal ein Kamera-Review gemacht, wo ich die euch gezeigt habe. Da war sie grün und hier ist also komplett, also sehr, sehr schlecht aus. Ich weiß auch nicht, ob die sich noch erholen wird von diesem Sommer. Nun ja, wir sehen den Blur, den Bokeh-Effekt hier im Hintergrund. Also das habe ich schon schön scharf gestellt und wir sehen hier von der Schärfe her, ja, das stimmt soweit. Details hier zum Beispiel dieser Schraube oder Niete oder was auch immer das sein soll, was da so ein bisschen aufgeplatzt ist, sind zu erkennen. Auch hier so ein bisschen, hier wird es ein bisschen was unschärfer nach unten hin. Aber der Fokus lag tatsächlich auf die Schrift, auf der Schrift. Und wir sehen ja, Bokeh-Effekt, das geht, also die Unschärfe ist zu erkennen. Hier ganz deutlich, natürlich je näher man so an ein Objekt rankommt, desto besser ist das Ganze natürlich auch. Was können wir uns noch anschauen? Also im Hellen sind die Lichtaufnahmen gut. Farblich gesehen, ja, wir haben jetzt das Grün hier gesehen. Wie sieht es mit Rot aus? Da scheiden sich ja so ein bisschen die Geister. Da muss man sagen, na, das gelingt einem nicht. Jetzt habe ich das hier auch in der prallen Sonne mal fotografiert. Und wir kennen das vielleicht schon von dem Blackberry Key 2 Kamera Review. Da sah das Ganze anders gefärbt aus, viel roter. Hier ist das halt so ein bisschen, ja, das geht ja so mehr in dunkles Rosa, würde ich mal fast schon behaupten. Und das gefällt einem nicht so ganz. Man sieht das Scharfzeichnen, das Scharfzeichnungsfilter. Schön ist allerdings, dass das nicht so wie gemalt aussieht. An der einen oder anderen Stelle passiert das halt. Hier eventuell, aber da wird es auch wieder schon ein bisschen unscharf. Hier auch so ein bisschen. Wir sehen hier das Bokel jetzt mal auch so. Das sieht ziemlich ordentlich aus, ziemlich rund. Das kann also sich durchaus sehen lassen. Nur die Farben, die passen halt nicht. Also das hier ist normalerweise eine richtig knallig-rote Pflanze, Blume. Und nicht so ins Dunkel-Rosa, glaube ich, heißt die Farbe einhergehende. Ansonsten Auflösung und was man so sehen kann von der Schärfe. Ja, das könnte noch ein bisschen ein Ticken was schärfer sein. Hier alles, was man hier sehen kann an dieser Knospe beispielsweise. Das könnte durchaus noch ein bisschen ein Ticken schärfer sein. Aber Details sind durchaus zu erkennen. Das sind natürlich auch durch den 16 Megapixel sicherlich sind auch denen zu verdanken, dass man die Details so erkennen kann. Autofokus hat so ein bisschen ein paar Probleme gemacht. Ich habe hier versucht, auf diese Pflanze zu fokussieren. Er hat wunderbar den Hintergrund scharf gestellt, aber nicht die Pflanze. Und das nächste Foto ist nochmal hier Versuch und ein zweiter Versuch, das gleiche Problem. Letzten Endes habe ich es dann doch geschafft, indem ich dann auf das hier fokussiert habe, auf diesen Bereich fokussiert habe. Und dann hat er mir hier die Pflanze auch wirklich scharf gemacht. Und man muss ganz ehrlich sagen, das sieht ziemlich gut aus. Das sieht besser aus teilweise als das Blackberry Key 2, das ja deutlich teurer ist. Und zum einen ist die Auflösung natürlich hier größer, aber zum anderen sehen wir wenige Artefakte rund um diese Blätter, die wir hier haben. Wir sehen keinen allzu deutlichen Scharfzeichnungsfilter. Also es gibt hier immer noch einen Scharfzeichnungsfilter. An der Stelle sieht man es vielleicht auch so ein bisschen. Aber es wirkt natürlich. Und auch hier sieht man das ganz deutlich. Also da haben wir keine Artefakte rund um die Blätter. Das wirkt alles ziemlich, ziemlich ordentlich für die Kamera. Für dieses Preis-Leistungs-Verhältnis ist das sicherlich ein durchaus brauchbares Bild. Auch hier unten, naja, da gehen die Details so ein bisschen verloren. Aber wir haben ja auch hier drauf fokussiert. Das ist also durchaus schon zu gebrauchen. Und wir sehen auch den Hintergrund schön scharf, schön unscharf. Wir können aber hier auf der weißen Wand auch so eine Art Muster erkennen hier. Ich weiß nicht, ob wir das erkennen können so ein bisschen. Das sieht so aus, als ob hier, ja, einer so einen Mathematik-Notizblock mit eben diesem Raster, den typischen Raster rausgerissen hat. Und das ist so ein Problem, was häufiger auftaucht, gerade bei dunkleren Bildern. Da sieht man das ganz, ganz deutlich. Wir haben jetzt hier zum Beispiel mal eine Innenaufnahme bei künstlichem Licht. So sieht das noch einigermaßen in Ordnung aus. So sehen wir es ein bisschen unscharf. Und wir sehen hier dieses Muster auch. Das zieht sich über das ganze Bild so ein bisschen. Und es ist, ich vermute, ein Rauschmuster. Weil wir sehen hier auch Probleme mit dem Rauschen. Also wirklich Farbrauschen. Und ja, schade eigentlich. Das sehen wir an der anderen Stelle hier auch nochmal so ein bisschen. Dass das hier sich so wie so ein Schachbrett über das Bild so ein bisschen legt. Die Schärfe ist in Ordnung, aber dieses Rauschmuster darüber gefällt mir nicht so ganz. Das heißt, im Dunkeln kann man es fast schon vergessen, würde ich sagen, mit der Kamera ordentliche Fotos zu machen. Also es ist jetzt so halb dunkel. Ihr seht, so sieht das noch in Ordnung aus. Zoome ich so ein bisschen rein. Wird das schon ein bisschen was matschiger an den Seiten. Das heißt, hier haben wir so ein bisschen Rauschen und Schärfe geht verloren. Aber es ist immer noch in Ordnung. Also das kann sich durchaus noch sehen lassen. Da habe ich schon Schlechteres gesehen. Das muss ich ganz ehrlich auch zugeben. Ja, in etwas noch dunkleren Verhältnissen wird das dann mit dem Rauschen schon ganz stark. Hier ist kein Dreck auf dieser Uhr drauf, sondern das ist tatsächlich das Rauschen, was wir hier sehen. Bei, lasst mich die Lügen, hat hier sogar 1,13 Sekunde das Ganze genommen. Dafür hat er es das relativ scharf hinbekommen. Das heißt, es hat wahrscheinlich für Fotos doch irgendwie eine Art Fotostabilisierung drin, wenn auch nur vielleicht digital. Ansonsten sehen wir ISO bei fast 3.000 und das sorgt halt eben für dieses starke Rauschen. Und Gegenlicht ohne HDR im Dunklen sieht dann so aus. Ja, so wäre das noch halbwegs brauchbar. So zoomen wir ein bisschen rein. Sehen wir mal Details. Staub, den können wir immer noch erkennen auf der Figur. Aber wir sehen es auch wieder rauschen. Und ja, aber schön, schönes Broker da hinbekommen. Hier sind wir ein bisschen unscharf. Nun ja, wir haben ja auch ein ISO von nur 380, was natürlich dann für weniger Rauschen sorgt. Rauschfrei kriegt man also im Dunkeln nicht so richtig hin. Und ja, auch die Blendenzahl, die wird uns hier nicht angezeigt. Ob die dann stimmt, was der Hersteller da angibt, das kann jeder selber dann für sich versuchen herauszufinden. Ich traue dem Hersteller nicht ganz so zu, weil er hat schon in der Vergangenheit ein paar Mal gelogen. Was soll man dazu großartig noch sagen? Ja, schauen wir uns ein paar Videos noch an. Ich habe da mal eine Aufnahme gemacht und eine Tonaufnahme, die können wir uns anhören. Und man muss ganz ehrlich sagen, ja, das Bild ist in Ordnung. Die Schärfe geht in Ordnung. Wir haben ein ordentliches Bild. Der Ton hört sich gut an. Auch im Hintergrund, natürlich hat er jetzt hier Lautsprecher, dann kann man es auch gut verstehen. Man hat im Videosmodus auch die Möglichkeit, die Helligkeit hoch- und runterzudrehen, was sicherlich auch eine gute Sache ist. Aber man merkt an der einen oder anderen Stelle schon, es ist kein Videostabilisierer mit drin. Und das merkt man auch beim nächsten Video, wo ich einfach mal rumgelaufen bin, nichts gesagt habe. Und wenn ich laufen bin und mal eine Videoaufnahme gemacht habe, da sieht man, dass das ganz schön wackelt. Ja, wie sieht es aus mit der Selfie-Kamera? Gehen wir nochmal hoch und ich habe ein Selfie geschossen. Das war irgendein Versuch von mir. Keine Ahnung, warum ich so doof reingeguckt habe. Das ist wahrscheinlich so mein Fazit von den Selfies. So sieht es auch schon unscharf aus. Und wenn ich reingehe, dann sieht man auch so ein bisschen, ja, das ist schon unscharf. Ist die Selfie-Kam deshalb nicht zu gebrauchen? Das stimmt nicht ganz. Ist einfach nur geschuldet dem Ganzen, dass wir hier bei ISO 1719 sind und das Ganze einfach zu dunkel ist. Und ich vielleicht auch ein bisschen zu nah dran war. Wenn man ein bisschen weiter weg geht, ist das Ganze dann doch durchaus noch ertragbar. Und das sieht man jetzt auch im nächsten Video, was ich euch zeigen kann, wo ich das Ganze mit der Selfie-Kam aufgenommen habe. Und ja, dann sind wir im Grunde genommen auch schon durch, was das Ganze angeht. Und der UMI-Digi Z2-Kamera-Test. Hören wir uns erst einmal an, was ich zur Selfie-Kam zu sagen habe. Und dann mache ich noch ein Video mit der rückwärtigen Kamera, wo ihr dann auch so ein bisschen reinschauen könnt. So, das ist jetzt mal eine Aufnahme mit der Frontkamera des UMI-Digi Z2s. Und ihr seht so ein bisschen, ich bin ein bisschen was dunkel. Wenn ich ins Licht komme, wird es immer ein bisschen was besser. Aber die Helligkeit, die springt so ein bisschen. Ich weiß nicht, was das UMI-Digi da macht. Aber es ist halt, es neigt dazu, zu springen wie verrückt. Ich hoffe, die Audioqualität ist gut. Ich halte das jetzt hier an der Stelle, wo normalerweise ein Mikrofon ist. Ich habe also keine Ahnung, wenn ich es vielleicht an anderen Stellen halte. So, ist vielleicht die Audioaufnahme besser. Aber es wackelt wahrscheinlich. Zweite Aufnahme übrigens, weil die erste hat dazu geführt, dass das UMI-Digi gecrasht ist. Und das passiert mir häufiger. Nicht nur bei der Kamera, sondern, oder bei Videoaufnahmen der Kamera, sondern auch so allgemein im System, dass das System einfach mal sagt, ja, ich starte einfach mal neu. Ansonsten ist es sehr Stock-Android-lastig. Es gibt wenig anzustellen an der ganzen Geschichte. Ich kann jetzt hier zum Beispiel nur pausieren und stoppen. Das war es auch schon. Aber ich würde mal sagen, ja, von der Qualität her vielleicht in Ordnung. Aber dieses Springen jedes Mal, wenn der Sensor meint, ja, jetzt hat die Helligkeit sich geändert, ist halt richtig, richtig nervig und richtig ärgerlich. Ja, und was sollen wir dazu noch sagen? Also mir fällt da nicht mehr vieles ein. Schauen wir uns gleich nochmal die Rückkamera an. So, das ist nun die rückwärtige Kamera. Und hier sieht ein bisschen dunkel aus, wie ihr hier sehen könnt. Das liegt einfach daran, weil von da das Licht reinkommt. Und anders als die Frontkamera wird halt eben das Gesicht nicht heller gemacht. Das heißt, ich muss mich jetzt zum Licht hinstellen, sodass das Licht mir quasi aufs Gesicht scheint, damit ihr mich auch sehen könnt. Das ist aber eine gute Möglichkeit, auch mal einen Test zu machen, ob der Phasenautofokus gut funktioniert. Hier haben wir den R2-D2 direkt quasi vor die Kameralinse gehalten und jetzt wieder mein Gesicht. Und es sollte eigentlich scharf stellen. Eventuell seht ihr auch noch meine Hand oder Teile von meiner Hand hier, die da versuchen, ins Bild reinzukommen. Das liegt einfach daran, dass ich mit einer Hand festhalte. Und ja, es wird wahrscheinlich ein bisschen was wackelig sein, weil es gibt keinen optischen Bildstabilisator und elektronischen auch nicht so wirklich. Zumindest habe ich keinen richtig festgestellt. Das heißt, wenn ich mich so ein bisschen was schneller bewege hin und her, kann es schon durchaus vorkommen, dass es anfängt ordentlich zu wackeln. Das ist natürlich nervig, aber für die Preisklasse 200 bis 250 Euro durchaus noch ertragbar. Audio macht ja auch so ein bisschen sehr viel aus, was Videos angeht. Und die Videoqualität ist mit Full HD durchaus in Ordnung. Die Farben sind in Ordnung. Die Aufnahme lässt sich nachher nicht mehr richtig so bearbeiten. Aber während der Aufnahme lassen sich zum Beispiel so etwas wie Helligkeit noch einstellen. Wenn ihr zum Beispiel in die Sonne reinfilmen wollt, könnt ihr dann nochmal schnell hochdrehen, damit ihr den Vordergrund dann halt eben auch wieder schön in der richtigen Helligkeit habt. Ansonsten, was lässt sich das so sagen? Für 200 bis 250 Euro durchaus in Ordnung. Die Audioqualität ist gut, die das ganze Gerät aufnimmt. Und man kann wunderbar auch mit der Lautstärke-Taste die Video starten und stoppen, was natürlich bei dieser Situation, wo ich mich selber nicht sehe und den Software-Button sowieso nicht drücken kann, sicherlich eine tolle Geschichte ist. So, mein Fazit zu Umidigi Z2 sieht so aus. Für 200, für 250 Euro kann man keine Wunder erwarten. Es ist traurig, dass Umidigi da immer noch, ja, ich würde von Betrug reden, wenn einem in der Werbung gesagt wird, da gibt es vier Kamerasensoren in Wirklichkeit. Stellt sich raus, da sind wahrscheinlich nur drei drin. Und ja gut, man kann immer argumentieren, dass so ein Lichtsensor oder sowas da auf der Rückseite dann auch noch als Kamerasensor durchgehen würde, aber der wird ja gar nicht benutzt. Also man kann das Loch zuhalten und es passiert nichts. Auf der Vorderseite wird zumindest gesagt, okay, das Loch wird zugehalten. Aber der Bokeh-Effekt beispielsweise ist rein software-technisch berechnet. Deshalb habe ich euch überhaupt nichts davon gezeigt, weil das könnt ihr euch vorstellen, da wird einfach nur ein Loch quasi gemacht. Der Rest wird, also ein Kreis, im Kreis ist es scharf und der Rest wird unscharf gemacht. Ist komplett für die Cuts, kann man wegschmeißen. Und die Möglichkeit, beispielsweise zwischen einer weitwinkeligeren und einer etwas näheren Kamera oder einem Zoom oder sowas zu wechseln, gibt es auch nicht bei den ganzen Modulen. Deshalb würde ich mal davon ausgehen, dass Umidigi da einfach betrogen hat, nachdem sie sagen, dass vier Kamerasensoren drin sind und in Wirklichkeit sind nur zwei wirklich. Nutzbar. Und der Rest macht auch software-technisch zumindest bis jetzt noch nichts. Es kann sein, dass eventuell Umidigi mit einem Software-Update da was machen wird. Ein Software-Update wird auch notwendig sein, weil seit dem letzten Software-Update, was ich bekommen habe, einige Fotos sind vor dem Software-Update gemacht worden, einige nach dem Software-Update. Groß in der Kamera-Performance hat sich nichts geändert. Ist, dass das Gerät häufiger mir abschmiert, nicht nur in der Kamera-App, sondern allgemein einfach mal so sagt, okay, ich kann nicht mehr und starte da einfach komplett neu. Ist natürlich ein No-Go dafür, aber das werde ich dann in meinem Review auch nochmal ganz deutlich sagen. Ansonsten, was kann man dazu sagen? Für den Preis schießen diese Sensoren ordentliche Fotos und auch Videos mit ordentlichem Ton, das muss man ganz ehrlich sagen. Und ja, also dafür gibt es zumindest so einen befriedigenden Daumen in die mittlere Stellung, würde ich mal sagen. Und ja, darauf aufbauen sollte Umidigi eventuell mal überlegen, am Marketing zu arbeiten oder mal richtige Sensoren dort einzubauen, die auch richtig was machen. Ja, ansonsten war es das für dieses Kamera-Review des Umidigi Z2s. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls es euch gefallen hat, gebt ein Like und abonniert fleißig. Es wird auch noch einen Test geben des Umidigi Z2s. Ich hoffe, dass eventuell noch ein Software-Update kommt, bevor der Test fertig geschnitten, fertig geschrieben ist, bevor der Test fertig ist, damit eben dieses Negative mit dem Absturz da nicht jedes Mal reinkommen muss. Nun ja, das war's und bis zum nächsten Mal. Ciao.